hallo leute wir sind hier bei einem neuen video von abepidbike und heute geht es um gabelservice bei der massaging copygabel von der super racer smr 160er von der mycor 710er länge und die werden wir mit härteren federn verbauen und mit einer anderen ölkammer auch ein anderes öl wie standardweise weil der fahrer halt ein paar probleme hatte mit dem setting was standardweise schon da geliefert wird und ja das heißt ich zeige euch wie es geht wie man die ölkammer misst luftkammer sorry wie man die federn tauscht und wie man halten service an der gabelfirm fitbike macht ich hoffe es gefällt euch dann am ende und ja let's go so leute das erste was vom machen werden ist werkzeug rausholen er wollte 15 gabelfeder haben wir parat brauchen wir die zwei werkzeuge den puller und brauchen wir das auch noch das ich euch gleich zeigen da brauchen wir müssen aber klein schleifen so und zwar das ölkanten gleich hier rein so die alten federn rein und fangen wir mal an also noch warte wartet da fehlt noch was und zwar ein vierer im bus brauchen wir auch noch den kleinen im bus und das war es eigentlich stopp noch was und zwar eine 27er nuss für den kopf ich fast vergessen so dann fangen wir erst mal an so und jetzt fangen wir mit der gabel an sich an das einfachste ist schraubstock nehmen wir einen schraubstock wichtig ist dass wir alu oder nylon teile haben dass die gabel nicht vermackt wird aber trotzdem nehmen wir also ein stück klappen wir nehmen das hier kurz noch ein bisschen drum so machen wir es rein so haben wir hier das cartridge mit der feder top cap das heißt wir nehmen diesen 14er schlüssel jetzt ziehen wir hier runter und machen das hier dran so nehmen wir den 17er ein bisschen falsch gemacht aber naja machen den kopf ab da ist eigentlich immer locker dran deswegen das so schwer habe ich mir vorgestellt mit dieser art ist das viel einfacher nachher um die um die filter einzubauen nehmen wir den schraubenzieher machen hier den ohrring runter ich habe mir hier so ein werkzeug gebaut das ist einfach von vom auspuff habe ich hier 8 mm mit der flex reingeschnitten und was machen wir hier mit und zwar das ist eigentlich jetzt egal aber zeige ich euch gleich machen erst hier die die feder runter wenn das mit dem nackteil nicht so hängen würde jetzt muss es eigentlich gehen genau so sieht er so und jetzt haben wir noch das card switch hier drin und jetzt haben wir noch das card switch hier drin so machen wir machen wir das wir müssen prinzip alles auch diese nylon boxe müssen wir raus haben das heißt 14er 17er 14 und 17 so und zwar guck mal wie viel locker hier drin ist muss gar nicht so viel ganz leicht wenn man das mit der hand nicht machen kann jetzt haben wir auch die mutter raus die taflenbüchse so und das war es dann haben wir nur noch das card switch drin außenrohr und innenrohr und den fuß den fuß machen wir komplett ab beziehungsweise erstmal machen wir die staubkappe runter und dann gleich danach machen wir die sicherung raus so und jetzt so und jetzt wie ihr seht haben wir hier das außenkupferrohr das außenkupferrohr so nehmen wir die gleitbüchse raus einmal nehmen wir die außenbüchse raus das trennscheibe und den simmerring da zeige ich euch jetzt nochmal einen kleinen trick das ist ein bisschen sauber so einmal ein bisschen isolierband nehmen das mache ich nur beim raus machen weil wir den simmerring wieder benutzen so so ja genau und jetzt nochmal ab und fertig legen wir hier hin und jetzt können wir auch wieder das abmachen oder drauf lassen gleich für was drauf machen Moment noch was so das ist das das hier stellen wir hier hin so jetzt werden wir gleich alles raus haben und jetzt nehmen wir die Gabel und wieder hier hin das hier raus lassen wir das ganze Öl raus was noch drin ist genau das wollte ich auch noch raus haben fehlt noch eigentlich noch eine kleine feder da ist sie da ist sie so ist aber wie gesagt alles fast raus machen wir sie sauber machen wir gleich noch anstatt einen Kabelbinde machen wir einen O-Ring dran dann werden wir wohl abschneiden müssen dann nehmen wir seitenschneider der hier ist dann 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 so dann fern dann so wie ihr sehen könnt mal diese Buchse jetzt nehmen die original feder nehmen das hier durch machen läuft es ohne problem sieht ihr bleibt hängen geht noch nicht mal rein das heißt wir müssen sie hier bisschen dünner machen bei der feder hier müssten wir zum beispiel wenn wir die feder jetzt für die gabel nehmen passt es fast durch müssen halt nur ein bisschen oder halt hier den grad ab machen genau das machen wir so und wie machen wir das und zwar hier ist ein kleiner grad nehmen wir uns eine Pfeile die rund ist und dann so die Gleitwüchse passt so das wars ein Stück Papier nehmen wir Staubkappe Sicherung Simmerring den wir wieder noch mal kurz sauber machen können muss ich mir sauber machen können dann noch hier machen das ist speziell für Simmerringe hier kratzt so das hier speziell für Simmerringe hier drauf wenn ihr diese spezial Creme nicht habt oder fett könnt ihr auch Silikonspray nehmen so 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 jetzt wieder drauf fertig nehmen wir nehmen wir diesen Spannstück mal den Außenboxer Gleitring Moment Moment ich brauche es jetzt nicht wegen dem Isolierband fertig und jetzt nehmen wir die vom Innen ein bisschen aber dafür müssen wir ein bisschen auf und dran fertig so was jetzt machen wir einmal trocken wieder jetzt nehmen wir die Gabel raus machen wir hier ein bisschen Platz genau so das heißt Gleitbüchse rein Zistanstück und Simmerring so das nicht runterrutscht so dann nehmen wir hier unser Spezialwerkzeug das Simmerringe so und so fertig so und wie ihr sehen könnt sitzt er richtig drin machen wir den hier wieder rein und bis er klick macht klick klick hier hinten auch klick und fertig so jetzt können wir auch den Staubkörper wieder dran machen und leitet gut Kabel muss gerade sitzen und das wichtige ist halt ohne diese Boxe ohne Feder so dann nehmen wir das Öl mal genügend für beide genau so und wir füllen ein wie man sieht wir nehmen den Puller raus lassen wir das ganze Öl raus äh lockt raus das ist schon entlüftet beziehungsweise das Cartridge hat man jetzt nix mehr so den Puller raus so und gucken ungefähr wie viel Öl da fehlt noch ein bisschen so jetzt machen wir ein bisschen mehr rein jetzt nehmen wir die Spritze stellen hier 185 ein ist sogar schon eingestellt so und dann ziehen wir das Öl raus was halt überbleibt das müssen wir raus holen genau so das nehmen wir filmt wieder zurück so kontrollieren wir nochmal da ist alles raus damit haben wir jetzt eine 185 Luftkammer und jetzt können wir im Prinzip wieder den Puller nehmen das erste was wir machen ist jetzt kleine Feder mit der Buchse wieder rein immer den langen Stab machen wir gleich rein was wir jetzt zuerst machen ist die Teflon Buchse mit der langen Seite nach oben mit der langen Seite jetzt machen wir wieder die Mutter drauf jetzt noch mal da rein und dann machen wir auch das wir rein dass es im Prinzip fest ist dann machen wir die Mutter wieder dran 14er und 17er fertig fest gemacht nehmen wir das ist die Eifeder das ist die Neife da dann ein paar drauf so fertig jetzt schon die härtere Feder verbaut das einzige was wir jetzt noch machen müssen ist jetzt wieder den Ohrring drauf machen ja so immer ein bisschen Silikonspray drauf jetzt mal wieder die Kappe ein bisschen so sauber jetzt kommt das Problem und zwar ihr müsst den Vollsteller hier einstellen das im Prinzip das ist die Schraube komplett richtig reinlöst damit die Schraube komplett richtig reinlöst so jetzt hier festmachen genau so und das war's jetzt jetzt noch mal kurz sauber machen bisschen Silikonspray für den Ohrring wieder hochziehen so und hoch zu machen so fertig so Leute so Leute und das war's ich hoffe es hat euch gefallen wie man eine Gabel zubereitet und ja wir sehen uns beim nächsten Video Ciao